press der frau heißt dieser wunderschöne check wallach und er ist ein verkaufspferd von bockholzer 14 jahre als stock was ein meter 44 ein sehr kräftiges und stabiles pferd ein pferd was richtig was her macht mit seiner tollen check farbe und der presse ist viergängig veranlaget man sieht mit fantastischen grundgängen ist toller galoppade schön im trab und gutem tölt in verschiedenen tempi presse ist sehr gut ausgebildet kann in allen gängen gut durchs genick gehen kann alle lösenden und einige versammelnde lektionen ablegen reste ist super unerschrocken absolut sicher und vom temperament her im oberen mittleren bereich ein starkes pferd was gut ausgebildet ist und was sehr viel spaß macht zu reiten ein pferd für den gehobenen anspruchsvollen freizeitreiter der lust hat mit seinem pferd noch viele dinge zu unternehmen kurse zu besuchen oder ähnliches auch im gelände macht dieses pferd ganz viel spaß aber auch im therapeutischen bereich kann ich mir dieses pferd oder im pferd gestützten coaching sehr gut vorstellen da er sehr offen ist für alles was der reiter so mit ihm macht und machen möchte wir sehen nachher noch dinge mit folien und bällen und so weiter da ist er auch ganz vorne mit dabei immer cool immer unerschrocken und ein pferd was sehr viel freude bereitet er ist auch bereit für alle möglichen reitabzeichen lehrgänge sicher bis zum goldenen reitabzeichen und trainer c ist dieses pferd zu verwenden ein vielseitiger war nach 14 jahre alt groß und stabil ein tolles reit pferd für viele menschen die lust haben viel spaß mit ihrem gut ausgebildeten pferd zu haben preste vergaltest du uns gefällt er sehr gut wenn er euch genauso gut gefällt dann meldet euch die daten dazu findet ihr oben im video und bis dahin noch ganz viel spaß mit mit dem schicken presstür so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020